Indem du dieses Video hier guckst, erzeugst du ca. 25 Gramm CO2. Das sind ungefähr 25 Meter in einem kleinen Auto. Schämst du dich nicht, du Umweltsau? Spaß beiseite, wie schlimm ist unser Internetkonsum eigentlich fürs Klima? Ich meine, ich habe schon oft solche komischen Argumente gehört, dass es viel schlimmer sein soll, durch Instagram zu scrollen, als es ist, Auto zu fahren. Aber was ist da dran? Wo entstehen die meisten Emissionen, wenn ich Content im Internet konsumiere, ganz egal, ob E-Mail, Podcast oder YouTube-Video? Wer trägt die Hauptverantwortung für diese Treibhausgase? Und wie kann ich als cleverer Internetnutzer meine Emissionen möglichst gering halten, ohne mein Handy abzugeben und in den Wald zu ziehen? Weil da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Darum geht es heute bei der MindCloud University. Wir haben eine Menge Zahlen, Daten und Fakten zusammengetragen. Also holt euch ein kühles Leitungswasser, schnallt euch an und viel Spaß bei diesem Video. Fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Nämlich bei der Herstellung der Geräte, die man mit Internetverbindung nutzt. Egal, ob man jetzt mit dem Smartphone eine WhatsApp schickt oder mit der Smartwatch das Wetter checkt oder eine Mail am PC versendet, alle Geräte haben bereits in ihrer Produktion und auf ihrem Weg zu uns einiges an Treibhausgasemissionen verursacht. Zum Beispiel durch den erzeugten Strom, der bei der Herstellung benötigt wird, durch den Abbau der Materialien, durch das Verpacken und dem Transport der Produkte vom Hersteller bis zu uns und so weiter und so fort. Die Herstellung der Geräte macht sogar zwei Drittel bis drei Viertel der CO2-Emissionen aus, die im Kontext Internet entstehen. Bei der Herstellung eines Handys entstehen Emissionen in der Größenordnung 100 Kilogramm. Für einen Laptop sind es etwa dreimal so viel. Deshalb lohnt es sich sehr, Geräte so lange wie möglich zu nutzen. Wenn sie kaputt sind, sie zu reparieren, statt neue zu kaufen. Und wenn ihr ein Gerät nicht mehr benutzt, schmeißt es nicht einfach weg oder lasst es nicht nur in eurer Schublade vergammeln. Verkauft es entweder auf einem Gebrauchtmarkt oder gibt es zum Hersteller zurück fürs richtige Recycling der Materialien im Gerät. Gute Neuigkeiten auf dieser Front. Hier wird sich, zumindest in Europa, bald zum Glück einiges ändern. Denn die meisten Laptops und Handys sind sehr schwer bis gar nicht reparierbar. Deswegen hat das Europaparlament im März 2023 eine Vorschrift verabschiedet, die besagt, dass alle elektronischen Geräte, die in der EU verkauft werden, in Zukunft einfach und kostengünstig repariert werden können, müssen, haben, sollen, tun werden. Das war Futur 9, glaube ich. Auch Batterien müssen ab 2026 oder 2027 easy herausnehmbar und austauschbar sein. Und das wird eine Menge elektronischer Geräte weitaus nachhaltiger machen, als sie das heute sind. Also, der Großteil der Emissionen im Internet ist bereits entstanden, bevor wir überhaupt unsere erste Story gepostet oder unseren ersten Tweet auf X geshared haben. Was sagt man da jetzt? Ge-X-t? Wie geht's dann weiter? Woher kommen die nächsten Emissionen? Richtig, durchs Aufladen der Geräte. Ratet mal. Wie viel CO2 entsteht, wenn ihr einmal euren Handyakku aufladet? Sind es A. 0,5 Gramm, B. 5 Gramm, C. 50 Gramm oder D. 500 Gramm? Die richtige Antwort B. In einen Smartphone-Akku passen je nach Modell um die 10 Wattstunden. Das entspricht ungefähr 5 Gramm CO2 bei der Stromerzeugung. Zur Grundlage dieser Berechnung haben wir den typischen deutschen Strommix genutzt. Strom in Deutschland wird ja immer noch viel durch Kohle und Gas erzeugt und dabei entsteht eine Menge CO2. Aber solltet ihr zu Hause irgendwie Strom aus nachhaltigen Quellen beziehen, zum Beispiel durch eine PV-Anlage auf dem Dach oder Balkon, geht dieser Wert natürlich G0. Ein Handy aufzuladen erzeugt also etwa 5 Gramm CO2 pro Aufladung, was pro Jahr auf ca. 1,8 Kilogramm rauskommt, wenn man jeden Tag sein Handy einmal von 0 auf 100 volllädt. Das ist im Vergleich tatsächlich erstaunlich wenig. Ein Kleinwagen produziert im Jahr etwa 1350 Kilogramm. Wenn euch also eure nervige Boomer-Tante dafür mal wieder ankackt, dass ihr zwar was fürs Klima tun wollt, aber ein Smartphone nutzt, könnt ihr sie freundlich darauf hinweisen, dass ihr euer Handy 750 Jahre lang jeden Tag aufladen könnt, bis ihr bei der gleichen Menge CO2 angekommen seid, die ihr stinkender Opel Corsa in nur einem Jahr produziert. Wenn man aber jetzt das Gerät vergrößert, sieht das schon anders aus. Ich arbeite zum Beispiel an einem Bifi-PC mit einem minimal überdimensionierten Bildschirm. Und da komme ich auf etwa 480 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr. Das erzeugt rund 212 Kilogramm CO2. Natürlich ist das viel mehr als ein Handy, aber immer noch nicht so schlimm wie ein Kleinwagen. Der größte Teil des Stroms, der bei der Internetnutzung anfällt, wird aber nicht von unseren Geräten zu Hause verbraucht, sondern von, drumroll, Rechenzentren auf der ganzen Welt. Die nennt man auch Serverfarmen. Das sind Anlagen, wo unzählige Server zusammengeschaltet sind. Dort werden Webseiten, Videos und Co. gespeichert und bei Bedarf rausgeschickt. Dieses Video zum Beispiel ist auch auf irgendeiner Serverfarm gespeichert und wird gerade von dort zu euch gestreamt. Weltweit gibt es davon ungefähr 8000 Stück. Und fast alles, was ihr im Internet abrufen könnt, ist wahrscheinlich darauf gespeichert. Platz 1 unter den Ländern weltweit haben die USA mit rund 2700 Rechenzentren. Und Platz 2, wenn auch weit abgeschlagen, geht tatsächlich an uns. Yes! Deutschland. Hier stehen bei uns rund 490 Serverfarmen. Und damit diese Farmen vernünftig arbeiten können, brauchen sie eine Menge Strom. Zum einen, um die Geräte laufen zu lassen und zum anderen, um sie runter zu kühlen, denn sonst würden sie viel zu schnell heiß laufen. Und jetzt mal alle festhalten, durch ihren Energieverbrauch produzierten die deutschen Serverfarmen im Jahr 2022 etwa 7,8 Millionen Tonnen CO2. Das sind etwa 5,7 Millionen Kleinwagen oder 4,3 Milliarden Jahre lang jeden Tag Handy aufladen. Das heißt, der größte Stromverbrauch und dadurch auch die größten Emissionen fallen in den Serverfarmen an. Blockchain-Kram wie NFTs, Bitcoin und andere Kryptowährungen klammern wir heute mal aus. Das wäre, glaube ich, genug Inhalt für ein ganzes eigenes Video. Und damit dieser Stromverbrauch in Zukunft runtergeht, dafür müssen wir auf Ökostrom umsteigen. Eine Studie prognostiziert, dass diese Emissionen bis 2030 auf unter 4 Millionen Tonnen sinken könnten, wenn wir bis dahin 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen beziehen würden. Das sagt dieser dunkle Balken hier aus. Der hellere zeigt, dass die Emissionen gleich bleiben würden, wenn sich unser Strommix nicht verändert. Und hier mal ein kleiner Disclaimer, wenn ich in diesem Video konkrete Zahlen zu Treibhausgasemissionen nenne, denkt daran, das sind sehr grobe Werte, die euch einen Eindruck der ungefähren Größenordnung geben sollen. Teilweise ist es echt extrem schwer zu sagen, wo genau wie viele Emissionen entstehen. Viele Serverfarmen laufen angeblich auf Ökostrom. Einige Unternehmen geben gar nichts über ihre CO2-Emissionen an und es ist auch nicht unbedingt klar, ob dieses Video, was in Deutschland hochgeladen wurde und wahrscheinlich auch in Deutschland geschaut wird, auch von einem Server in Deutschland gestreamt wird. By the way, schreibt mal gerne in die Kommentare, von wo ihr gerade mein Video schaut. Welches Land, welcher Ort und vor allem, wie viele von euch sitzen gerade auf der Toilette? Hände waschen nicht vergessen. Eins finde ich besonders bemerkenswert. Wir haben in der Klimaforschung ein kleines Dilemma. Natürlich ist es super wichtig, so viel wie möglich über die Folgen der Klimakrise herauszufinden. Dafür benutzen Forschungsteams unter anderem leistungsstarke Computer, die verschiedene Klimamodelle durchrechnen sollen. Aber spätestens seitdem ihr auf dieses Video hier geklickt habt, wisst ihr auch, dass die Nutzung von Computern und Servern und all dem so einiges an CO2 verursacht. Und das nicht nur wegen des Stroms. Gebaut werden müssen solche Maschinen ja auch erstmal und das ist rohstoffintensiv. Das heißt, wäre eine gute Sache, wenn unsere Computer, kleine und große, möglichst umweltfreundlich hergestellt werden. Und Lenovo, der Sponsor dieses Videos, hat sich da so einiges an Innovationen überlegt. Wo immer möglich, setzt die Firma auf nachwachsende oder recycelte Rohstoffe. Fast 300 Produkte enthalten heute schon recycelte Elektronik. Bis 2025 sollen 100% aller PC-Produkte aus recyceltem Material bestehen. Und noch dieses Jahr will Lenovo alle Verpackungen aus recyceltem oder nachwachsendem Material herstellen. Pappe, klar, aber auch moderne Materialien aus Bambus und Zuckerrohr. Und für Lenovo besteht das Notebook der Zukunft nicht nur aus recycelten Rohstoffen, sondern ist zusätzlich modular aufgebaut, damit es einfacher aufzurüsten und leichter zu reparieren ist. So hat man einfach länger was von ein und demselben Gerät. Das spart Geld und Ressourcen. Und wenn ein Gerät doch mal am Ende seines Lebens angekommen ist, kann man es bei Lenovo zurückgeben. Dort wird recycelt, was geht und der Rest möglichst umweltfreundlich entsorgt. Mit solchen Maßnahmen hat Lenovo es geschafft, seine betrieblichen Emissionen in Deutschland in den letzten 5 Jahren um 40% zu senken. Bis 2050 will Lenovo komplett klimaneutral arbeiten, weltweit. Die Ziele, die sich die Firma dafür gesetzt hat, sind auch wissenschaftlich validiert worden von der Science-Based Targets Initiative. Das ist ein Projekt der Vereinten Nationen und verschiedener Umweltorganisationen. So eine Validierung bedeutet, die Initiative bestätigt, dass Lenovo effektiv klimaneutral arbeiten wird, wenn es seine Ziele für 2050 erreicht. Ich finde solche ambitionierten Ziele wichtig, wenn man etwas erreichen will. Technologie kann also auch definitiv Teil der Lösung sein, nicht nur Teil des Problems. Also, wir wissen jetzt, dass das meiste CO2 durch den Stromverbrauch der Serverfarmen entsteht, auf denen der Content, den wir abrufen, gespeichert ist. Aber welcher Content ist dabei am schlimmsten und wie kann ich als klimabewusster Internet-User meine Emissionen im Netz so niedrig wie möglich halten? Ich stehe jeden Morgen unfreiwillig um 6 Uhr auf. Nicht, weil ich früh zur Arbeit muss, ich meine, ich bin YouTuber, sondern weil mein kleiner Sohnemann anscheinend ausgeschlafene Eltern hasst. Um dann morgens aber irgendwie klar zu kommen, höre ich immer so eine knappe Stunde Internetradio oder Podcasts. Das erzeugt rund 55 Gramm CO2. Um das mal wieder einzuordnen, erinnert ihr euch noch, wie viel einmal Handyaufladen verursacht? Gerade mal 5 Gramm. Nur ein Zehntel von dem, was durch eine Stunde Podcast-Streamen verursacht wird. Was wiederum die Gewichtung des Problems deutlich macht. Der meiste Strom wird in den Rechenzentren nicht auf den Endgeräten verbraucht, wo der Content konsumiert wird. Die Rechenzentren verbrauchen enorm viel Strom, der auch dafür benötigt wird, die Daten überhaupt erst zu mir zu schicken. Aber auch hier gibt es Unterschiede. Der Transport funktioniert vereinfacht so. Audiodateien, so wie alle Dateien, mit denen ein Computer arbeiten kann, bestehen aus wahnsinnig langen Ketten aus Nullen und Einsen. Mit diesen beiden Ziffern kann man alles kodieren, was man will. Aber diese Nullen und Einsen müssen jetzt ja irgendwie in der praktischen, echten Welt von A nach B transportiert werden. Klassische Datenkabel mit Kupferkern arbeiten deshalb mit zwei verschiedenen Spannungen. Einer sehr kleinen Spannung und einer sehr viel größeren, damit Messgeräte sie eben leicht unterscheiden können. Statt also einer Abfolge von Nullen und Einsen fließt Strom mit wechselnder Spannung durch so ein Kabel. Die Werte ändern sich dabei rasend schnell. Der Empfängerrechner misst dann die ankommende Spannung und übersetzt sie zurück in Nullen und Einsen. Easy. Glasfaserkabel nutzen das gleiche Prinzip, hier fließt aber kein Strom. Stattdessen werden Lichtimpulse weitergeleitet, an für Eins, aus für Null. Das ist schneller und wesentlich energieeffizienter als Datenübertragung per Kupfer. So oder so, jede Datenübertragung verbraucht Strom. Wenn ihr euch aber dafür interessiert, das Internet so nachhaltig wie möglich zu verwenden, schaut, dass ihr lieber einen Glasfaseranschluss bis in die Wohnung als ein Kupferkabel benutzt, um auf das Internet zuzugreifen. Und ob ich einen Podcast streame oder zuerst runterlade und ihn mir dann erst anhöre, macht sogar auch einen Unterschied. Technisch bedeutet Streaming, der Podcast, den ich mir anhöre, wird nie komplett auf mein Gerät geladen. Datenpakete landen nur häppchenweise bei mir und werden kontinuierlich wieder gelöscht. Einerseits spart das Speicherplatz, andererseits verbraucht Streaming im Schnitt mehr Strom auf Serverseite als ein normaler Download. Wie viel schlimmer genau, darüber wird gestritten. Manche sagen mehr, manche sagen weniger. Aber fest steht, ein Download verbraucht weniger Energie als ein Stream. Wenn ihr also Emissionen reduzieren wollt, lohnt es sich, den Content vorher runterzuladen. Vor allem, wenn ihr Musik oder Podcasts habt, die ihr wieder und wieder anhört. Zum Beispiel die Mount Futura-App hier von Niksta, die ist immer noch ein Bang. Aber machen wir weiter und schauen uns mal an, wie viel Emissionen normales Browsing verursacht. In meinen Videos steckt viel Recherchearbeit. Den Beweis dafür findet ihr in der Infobox. Dort sind immer alle Quellen für all meine Aussagen aufgelistet. Aber diese Informationen muss man ja erstmal finden. Los geht das meistens mit einer Internet-Suchanfrage oder Rolf Tausend. Jede dieser Suchen entspricht einer Server-Anfrage und ihre Bearbeitung verbraucht Strom. Und entspricht damit einer kleinen Menge CO2. Wie viel genau, ist eine komplizierte Frage. Google selbst sagte schon 2009, dass eine Suchanfrage rund 0,2 Gramm CO2 verursachen würde. Und das ist der aktuellste Wert, den wir finden konnten. Von 2009. Da sah ich noch so aus und hab schon meine ersten YouTube-Videos hochgeladen. 900 Views. Absoluter YouTube-Classic. Andere Schätzungen kommen für Google-Suchanfragen locker auf das 10- oder 20-fache. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Am meisten stößt man da auf den Wert 7 Gramm CO2 pro Suchanfrage. So viel entsteht übrigens auch, wenn man sich Wasser für eine Tasse Tee aufkocht. Klicke ich auf eins der Suchergebnisse und lade die entsprechende Website, verursacht das etwa 4 Gramm CO2. Manche Webseitenbetreiber achten auf die Datenmengen, die beim Besuch ihrer Seite geladen werden. Das kann bedeuten, dass man nur stark komprimierte Bilder und Videos hochlädt und davon so wenig wie möglich. Und es gibt auch einzelne Firmen, die möglichst grüne Alternativen zu Mainstream-Diensten anbieten. Suchmaschinen zum Beispiel. Unternehmen wie Ecosia nutzen ihre Gewinne, um ökologische Projekte zu unterstützen. Oder Mail-Anbieter wie Posteo versprechen, dass ihre Rechenzentren mit 100% Ökostrom betrieben werden. Stichwort Mails und WhatsApp. Wie sieht's da eigentlich aus? Wenn ich eine E-Mail verschicke, werden Daten von meinem Rechner auf den Server meines E-Mail-Anbieters übertragen. Von dort aus werden sie weiter verschickt an den Server des Anbieters der Person, an die ich die Mail verschicke. Das klingt jetzt stälzig, aber praktisch heißt das, wenn ich eine Gmail-Adresse habe und du eine GMX, sind mindestens zwei verschiedene Server involviert, wenn ich dir eine Mail zusende. Schicke ich eine Mail an mehrere Personen, die verschiedene E-Mail-Anbieter haben, wird meine Mail logischerweise auch an deren verschiedene Server weitergeleitet. Spätestens mit dem Öffnen der Mail wird sie dann auf dem Zielcomputer runtergeladen. Eine durchschnittliche E-Mail verursacht dabei etwa 4 bis 10 Gramm CO2. Wenn sie einen großen Anhang hat, also vielleicht ein Bild oder mehrere, dann sogar bis zu 50 Gramm CO2. Das klingt jetzt erstmal nicht so mega viel, auf der Welt werden aber verdammt viele E-Mails verschickt. Im Jahr 2022 waren es im Schnitt mehr als 333 Milliarden am Tag. Ironischerweise verursacht ein Brief, der per Post verschickt und mit dem Auto durch Deutschland gefahren wird, im Schnitt 20 Gramm CO2. Eine E-Mail und ein Brief nehmen sich von der Umweltbilanz kaum etwas. Aber ich verrate euch gleich eine Methode, die viel nachhaltiger ist. Dabei kostet nicht nur der Versand von E-Mails Strom, auch das Speichern. Das heißt, je voller ein E-Mail-Postfach ist, desto mehr Energie wird gebraucht. Wenn du jetzt vielleicht an dein Postfach voller ungelesener E-Mails und Spam denkst, du bist damit nicht allein. Rund 80% aller E-Mails werden nämlich nie geöffnet und liegen einfach auf den Servern rum. Das ist ganz schön viel Datenmüll, der unnötig CO2 produziert. Ich schließe mich da nicht aus, ich bin ein absoluter Messie, was meine E-Mail-Postfächer angeht und ich meine nicht den Goat. Deshalb, alte E-Mails löschen und den Spam-Ordner leeren ist definitiv nicht verkehrt. Das gilt für alle Online-Speicher. Wenn ihr zum Beispiel ohne Ende Fotos und Videos in eurer Cloud liegen habt, die ihr sowieso nicht anguckt oder benutzt, verbraucht das auch Strom und erzeugt unnötig Emissionen. Guter Vorsatz für mich nach diesem Video, E-Mails und Cloud-Dateien löschen. WhatsApp und andere Social Messenger funktionieren nach einem sehr ähnlichen Prinzip. Auch hier werden Text, Bilder und Videos auf Servern gespeichert und übertragen. Allerdings haben sie den kleinen Vorteil, dass hier in der Regel alles über einen einzigen Server abgewickelt wird. Meine Nachricht wird auf dem WhatsApp-Server gespeichert und von dort aus auf das Handy der anderen Person oder Personen geladen. Also so ganz grob und theoretisch erklärt. Wie viel CO2 genau bei einer Nachricht über WhatsApp und Co. entsteht, das lässt sich nicht eindeutig sagen. Wahrscheinlich etwas weniger als eine E-Mail, abhängig von der Textmenge versteht sich. Und die ist bei einer Instant Message natürlich tendenziell kleiner als bei einer Mail. Übrigens, von allen textbasierten Kommunikationsarten verursachen SMS wohl am wenigsten CO2. Das liegt unter anderem daran, dass sie nicht über das Internet verschickt werden, sondern über das Mobilfunknetz. Und das handelt sich auch um reinen Text ohne Formatierungen. Je nach Berechnung kommt eine SMS auf gerade mal 0,01 Gramm CO2. Das sind etwa tausendmal weniger als eine E-Mail. Wer also so richtig nachhaltig kommunizieren will, benutzt die gute alte SMS. Inzwischen sind die ja in den meisten Tarifen inklusive und kosten nicht mehr 9 Cent pro Stück. Ja, so alt bin ich, dass ich das noch erleben musste. Aber kommen wir jetzt zum heiligen Graal des Internets. Netflix, YouTube und Co. Wie schlimm ist Video-Streaming fürs Klima? Ratet mal. Welchen Anteil haben Videos ausgemacht am weltweiten Internet-Traffic 2022? Sind es A. 26%? B. 46%? C. 66%? Oder D. 86%? Lockt eure Antwort jetzt ein. Die richtige Antwort gibt es in 3, 2, 1. Knapp 66%. Also zwei Drittel des Internet-Traffics gehen auf Videos. Tendenz steigend. YouTube allein macht knapp 11% dieses Traffics aus. Das wird nur getoppt von Netflix mit knapp 14%. Und der Rest sind wahrscheinlich Pornos. Aber jetzt mal im Ernst. Eine Stunde Video-Streaming in Full HD kann ungefähr 100 bis 175 Gramm CO2 verursachen. Ungefähr so viel wie einen Kilometer mit einem kleinen Auto zu fahren oder sein Handy 20 bis 35 Mal aufzuladen. Ein Video in 4K zu schauen erzeugt im Schnitt dreimal so viel CO2 und im Extremfall sogar sechsmal so viel. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, auf welche Auflösung ihr meine Videos guckt. Problem ist hier, dass Videos von allen genannten Content-Formen am meisten Speicherplatz auf den Server-Farmen kosten. Aber was kann man dagegen tun, um nachhaltiger Videos zu schauen? Und wer ist hier eigentlich verantwortlich? Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir diese Fragen auch gestellt. Ich meine, ich lade seit ungefähr 15 Jahren Videos auf YouTube hoch. Am Anfang war es einfach nur aus Spaß und heute ist das glücklicherweise mein Job. Aber wer hat Schuld an den Emissionen meiner Videos? Ihr, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Video auf Full HD oder 4K gucken? Ich, der das Video überhaupt erst in 4K anbietet? Oder YouTube, deren Server-Farmen ja den ganzen Strom überhaupt erst verbrauchen? Ich finde das gar nicht so leicht, hier eine Antwort zu finden. Aber hier kommt meine Meinung. Jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, etwas fürs Klima zu tun und etwas nachhaltiger im Internet unterwegs zu sein. Handys und Laptops länger benutzen, ungelesene E-Mails löschen, Lieblingsmusik runterladen oder Videos in geringere Auflösung gucken. Aber ich finde das Wichtige ist, dass mehr Länder und Firmen auf erneuerbare Energien umswitchen. Und erst dann ist die größte Ursache der Produktion von CO2 im Internet gelöst. Das sehen wir ja auch an der Prognose der anfangs erwähnten Studie, dass wir hier bis 2030 die Emissionen bereits fast halbieren könnten. Und wir dürfen nicht vergessen, Technologie ist an vielen Orten bereits Teil der Lösung, muss aber noch verbessert werden. Ein Zoom-Call mit eingeschalteter Kamera ist immer noch besser fürs Klima, als für ein Meeting von Stuttgart nach Hamburg zu fliegen. Heute bin ich so richtig gespannt auf eure Kommentare. Wo liegt die Hauptverantwortung für die Emissionen, die bei der Internetnutzung anfallen? Wie viele ungelesene E-Mails liegen in deinem Postfach und waren die Tipps aus diesem Video eigentlich neu für dich? Ich habe wie immer eine Menge gelernt und hoffe, ihr auch. Ich freue mich auf eure Bewertungen und Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.